Nein, wir fangen nicht an, nein, 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 mach dir keine Sorge, mach dir keine Sorge, Mann. Ja, hier hätte jetzt eigentlich Jeff Bezos kommen sollen, aber wir hatten leider keine Zeiten mehr für Jeff Bezos. Herzlich willkommen zu 3 zu 1, eurem Podcast der Herzen, der Bäuche und der Köpfe. Bei mir im Studio niemand. MS befindet sich gerade in Heidelberg und guckt dort Schlösser an, beklaut Hip-Hop-Läden und fotografiert irgendwen. Dafür aber Ralf in der Leitung. Hallo Ralf. Hi, grüß dich. Hi und Henni. Hallo. Hallo Henni. Henni hat ein bisschen Sorgen, dass wir jetzt anfangen. Henni hat mich ungefähr 10 Mal gebeten, noch ein bisschen zu warten, weil ich einfach nicht gut genug drauf bin. Henni, bist du der Meinung, dass ich das nicht aushalte, wenn ich mal 4, 5, 6 Nackenschläge innerhalb von 20 Minuten erleide? Ja, der Meinung bin ich. Außerdem sind wir hier der gute Laune, alle sind glücklich und political correctness Podcast eures Vertrauens. Und da kann man nicht mit so schlechter Laune reinkommen. Also es ist wirklich jetzt echt bitter gewesen, was gerade passiert ist. Also es fing damit an, dass ich meinen Studioschlüssel verliehen habe, weil hier jemand im Studio am Wochenende was aufgenommen hat und ich habe vergessen, den Studioschlüssel wieder an meinen normalen Schlüssel dran zu machen. Und als ich vorhin hier vor dem Studio stand, habe ich gemerkt, ach shit, ich muss nochmal nach Hause gehen. Ich konnte aber nicht mit dem Fahrrad fahren, weil mein Fahrrad platt ist. Ich bin schon mit der Bahn hierher gefahren, fahre also mit der Bahn, die glücklicherweise noch da stand, direkt zurück. Wir sind hier an so einer Wendeschleife und habe meine Frau gebeten, mir doch bitte den Studioschlüssel aus dem Fenster zu werfen. Genau in dem Moment, als ich unten stand und den Schlüssel in Empfang nehmen wollte, kam die Bahn, in die ich hätte einsteigen müssen wieder. Und sie hat sich einfach nicht ausgekäst. Sie hat sich nicht ausgekäst und nicht ausgekäst und die Bahn fuhr weg. Und dann bin ich hoch und habe mir den Scheißschlüssel selber geholt. Und bin dann wieder runter, wollte ihr Fahrrad nehmen, wo das Schloss ein bisschen schwer aufgeht. Aber es ging überhaupt nicht auf. Du solltest entspannen, glaube ich. Es ging überhaupt nicht auf. Es ging überhaupt nicht auf, das Scheißschloss. Und dann dachte ich mir so. Und bin dann zum Studio zurückgelaufen mit dem Schlüssel. Und als Henni mir dann noch in unserem Telefonat, das wir hier geführt haben, gesagt hat, dass ich wie so ein kleines Mädchen meinen Tonbeutel zu Hause vergessen hätte, mir aber keine Möglichkeit zur Antwort gegeben hat, weil er mich stumm gestellt hat in unserem Google-Meeting, habe ich dann einfach ein Problem mit meinem Puls bekommen. Aber ich fahre mich so langsam wieder runter. Aber das Ding ist ja, ich kenne eigentlich niemanden, dem ich eine Eskalation in der Art so zutraue wie Henni selber. Henni, kennst du das, richtig, richtig wütend zu sein? Ja, natürlich. Das kennt, glaube ich, jeder. Das passiert bei mir aber echt selten. Ich habe mich da gut im Griff. Das Problem ist nur, wenn es da mal passiert. Mittlerweile. Ja, mittlerweile. Ja, ja, ja. Aber wenn es da mal passiert, dann ist es halt scheiße. Dann hat es irgendwie keiner Spaß. Habt ihr noch im Kopf so eine Situation, als ihr das letzte Mal so richtig knapp vom Ausrasten wart oder eigentlich schon wirklich ausgerastet seid, ausgenommen in Car-Situation? Im was? Außer was? Im Auto. Ich habe jetzt irgendwie keine Ahnung, warum ich auf Englisch gesprochen habe. Wahrscheinlich, weil Jeff Bezos und ich im Herzen ein Mann sind. Ich frage mich gerade, warum du speziell die Autosituation auslässt. Als wären die so häufig oder wie? Ja, klar. Also im Auto zieht sein Mundwinkel gerade sehr nach oben. Ich bin der entspannteste Fahrer on Earth. Wann war eure letzte Ausrastsituation, wo ihr so richtig, richtig kacke am Dampfen und ich drehe hier gleich durch und muss vor irgendwas davor treten? Bei mir ungefähr auf der Arbeit, in der Arbeit, während der Arbeit in einem Projekt vor knappem Jahr, vielleicht so Oktober 2019. Das war ein Projekt, wo quasi der eigentliche Task am Wochenende erfolgt ist. Und wir waren zu viert. Also drei Menschen von dem Dienstleister und ich. Und ich bin mit dem einen Menschen von dem Dienstleister rum und habe Stuff gemacht. Also wir waren in einer großen Industriehalle. Und die anderen beiden hatten ziemlich einfach eine Aufgabe und halt enge Zeitleine, weil du nur die Zeitleine, gut Deutsch. Timelister. Genau, Timelister. Weil wir nur das Wochenende Zeit hatten und irgendwie kommst du nach drei, vier Stunden zurück. Und das ist einfach nichts gemacht. Und das ist so, und du guckst auf deinen innerlichen Zeitplan und denkst dir, warte mal, jetzt haben wir hier gerade so einen Punkt erreicht, schlafen oder nicht mehr weitermachen. Jetzt wird es gerade kritisch. Bist du ausgerastet? Hast du rumgeschrieben? Ich bin erst mal ganz kurz vor die Tür gegangen. Also das habe ich gelernt. So die ersten zwei Minuten runter. So das, was du auch hättest machen sollen, bevor du in den Podcast kommst. Lass mal schreien! Und dann aber freundlich erklärt, dass sie offenbar dumm sind und dass sie jetzt ihre scheiß Arbeitsmache haben. Und drei von dir? Ja, ich habe jetzt eine In-Car-Situation, aber die war nicht von mir. Und deswegen glaube ich erzählen. Also das ist das, woran ich denke. Es ist eigentlich sozusagen gar nicht, geht es um mich. Ich raste eigentlich wirklich nicht so schnell aus. Nee, eigentlich nicht. Aber jetzt die Story, die ist echt fetzig eigentlich, finde ich. Es ist schon viele Jahre her und ich hatte damals so Mitfahrgelegenheit genutzt, um nach Berlin zu kommen, weil ich da mal eine Zeit lang gewohnt habe, während man an die Blomarbeitsphase. Und ich treffe so einen Typen in Erfurt, mit dem das vereinbart war. Der fährt so einen alten Benz aus den 90ern. Auch nicht so edel, noch schön gepflegt, sondern ziemlich runtergekommen. Und in meinem Rucksack, den ich hinten reingetan habe in den Kofferraum, da waren auch irgendwelche Autoersatzteile so drin. Das sah eher aus wie so eine Kfz-Werkstatt da drin und auch alles ein bisschen rostig und so. Und ich dachte, oh, wo bin ich hier? Wo bin ich hier? Und ich dachte, okay, ich steige bei dem Typen ein. Wir sind nur W2. Und auf der Autobahn wirklich gut ins Quatschen gekommen und dachte mir so, ey, der ist doch so nett. Der ist doch so fetzig. Bei dem passt es doch alles. Und er hat mir dann seine Story erzählt, was so seinen Beruf angeht. Die weiß ich nicht mehr genau, aber ich dachte mir, ey, so ein Typ wie der, der so in die Welt passt, der so in Ordnung ist. Und warum haut das hier nicht hin? Was ist mit dem los? Hat der keine Ambitionen gehabt? Und wenn wir so halt auf der Autobahn fahren und vielleicht sogar genau in der Situation, in der ich mich das frage und wir gerade nicht reden, wechselt er auf die mittlere Spur, während schon offensichtlich in einigen hundert Meter Entfernung ein Lkw auch auf die mittlere Spur wechselt, um einen anderen Lkw zu beholen. Er checkt das aber irgendwie nicht und geht viel zu spät in die Eisen, um dann aber scheinbar ein Problem damit zu haben, dass dieser Lkw in die Mitte gefahren ist. Ich war erstmal ruhig, ja, nichts gemacht, kein Ding gemacht. Gut. Er überholt den Lkw und schert direkt vor dem Lkw ein, um ihn auf unter 70 runterzubremsen, damit der ihn wiederum überholt. Was? Auf dem Autobahn? Ja, ja, der Lkw wollte wieder holen und als der Lkw fast an uns vorbei war, zieht er wieder nach vorn. Und das haben wir, wir waren auf dem Weg nach Berlin. Und das war irgendwo auf der A4, ja. Aber scheiße. Der hat das echt lang durchgezogen. Also die Fahrt war da echt lang. Dann könnt ihr euch vorstellen, wie ich so drin sitze. Eben noch dieses lockere Gespräch geführt und dann denkst du dir, hm, gefangen in der Situation. Hast du nichts gesagt? Nee, ich wusste einfach nicht, wie ich damit umgehen sollte. Ich meine, du denkst auf der einen Seite, okay, der Typ ist so nett, nimm dich mit hier für einen Zehner oder was das war. Und weiß auch nicht, was brodelt in dem? Geht das noch gegen mich dann? Also nicht jetzt, dass ich Angst hätte, dass der mir eine draufhaut, aber diese Wut, die er gegenüber dem Lkw-Fahrer hat, dem anonymen Unbekannten, nicht, dass er die noch gegenüber mir rauslässt. Also ich habe das früh genug gesehen mit dem Lkw. Das war, dass man kurz so die Hand nehmen, so ansetzt zum Reden. Nee, ich habe es auch nicht gemacht. War ja echt krass, ey. Aber das ist eigentlich, eigentlich ist das doch immer so, dass man, wenn man richtig wütend ist, dass man die Schuld doch bei irgendjemand anders sucht. Dass man ganz schwer, also ich habe vorhin auch überlegt, meine Frau ist schuld, vielleicht ist sogar unser Kind schuld, weil das heute so ein stressiger Tag war und meine Frau um 19.30 Uhr, wir zeichnen ja normalerweise um 8 auf, musste sie unbedingt in so ein Online-Seminar und weil das vorhin so stressig war und es gerade so hingehauen hat, war das überhaupt mit dem Schlüssel so ein Problem. Ich war nicht schuld erst mal, bis ich dann hier nach Hause gelaufen bin und Handy, deswegen bin ich auch einigermaßen runtergefahren. Ich hatte ja noch die Zeit, um hierher zu laufen. Ja, also ich bin spazieren gegangen, um dann festzustellen, eigentlich war es meine Schuld. Eigentlich war ich der Vollhorst. Nee, jetzt nicht. Ich war vorhin draußen, 19 Uhr, auf einer kleinen Runde, es hat einfach voll angefangen zu pissen. Ich glaube, das wäre doch mal so der gröhnende Abschluss gewesen. Auf jeden Fall. Aber ich habe noch trotzdem eine Frage, Alex. Also, wenn deine Frau sozusagen die Information bekommen hat, dass sie dir den Schlüssel holen soll, aber sich nicht ausgehst und du hochgehst und dieser Schlüssel, ich kenne eure Wohnung so grob, wo war sie da gerade? Na, vorm Rechner. Sie konnte einfach bei dem Online-Seminar nicht aufstehen. Achso, okay, sie waren nicht wirklich bereit. Nee, gar nicht, gar nicht, gar nicht, gar nicht. Aber das wusste ich ja bis zu dem Zeitpunkt nicht. Oh, ey, Leute, Leute. Aber wir wollten ja heute, also eigentlich wollte ich ja in diesem Opener hier toll noch eine kleine Jeff Bezos-Collage zusammenschneiden und dann ganz witzig darauf anspielen, dass wenn ich jetzt bei Amazon weg bin, Jeff Bezos auch gesagt hat, komm, macht keinen Sinn mehr ohne Alex. Aber habe ich dann leider wirklich nicht mehr geschafft, aber schon irgendwie ein kleiner Zufall, oder, dass Jeff auch den Habicht macht? Da saß ich heute im Auto, bin zur Arbeit gefahren und höre meinen Lieblings-Radiosender, MDR 1 Radio Thüringen. Oha. Ich schlage einen nach dem anderen und dann kommen die Nachrichten, dann kommt das und ich saß wirklich so da, so. Gibt's ja nicht. Das gibt's doch nicht. Damit war's dann aber auch schon gut und ich hab umgeschaltet. Apropos Radiosender. Ihr wisst ja, dass ich, oh hier, DFB-Pokal läuft gerade. Ihr wisst ja, dass ich jetzt meinen Arbeitgeber gewechselt habe. Ich bin zu einem Privatradiosender gewechselt, der demnächst deutschlandweit auf Sendung geht im DAB-Plus-Netz. Ich kann aber auch noch nicht sagen, welcher Sender das ist, das wird hier im Laufe der Podcast, dieses Welt-Podcast, einfach peu a peu gelupft, das Geheimnis. Aber ich habe meine neue E-Mail-Adresse direkt eine E-Mail bekommen von der Gag-Flat-Rate. Kennt ihr die Gag-Flat-Rate? Haben wir was davon gehört? Irgendwer von euch? Da draußen vielleicht? Die Gag-Flat-Rate. Die Gag-Flat-Rate kriegen Leute, die Privatradio machen und Verantwortung tragen und die Gag-Flat-Rate, die schickt Witze rum. Gags rum. Zu irgendwelchen Themen. Das ist eine PDF-Seite, einfach mal 37 Seiten lang, 37 Seiten lang mit Gags zu allen möglichen Themen am heutigen Tag. Wollt ihr vielleicht einen tagesaktuellen Gag von vorgestern hören? Ja. Also so ein Gag, der im Privatradio Morningshows so gebracht wird, die Morningshow-Moderatoren einfach von dem PDF, von der Gag-Flat-Rate sich durchlesen und dann einfach eine richtig gute Laune morgen 6.45 Uhr verpassen. Bevor du ihn erzählst, muss man dafür bezahlen oder kriegt das jeder? Habe ich nicht rausgefunden und ich möchte euch auch im Anschluss fragen, ob ihr findet, dass das noch zeitgemäß ist, ob man dafür bezahlen sollte oder nicht. Wir sind glücklicherweise noch nicht auf Sendung. Können wir irgendwas als den Wunsch sogar dazu holen. Vermutlich wird es nicht politisch korrekt, oder? Also ich habe hier, ich habe hier, erstmal könnt ihr auswählen, was für ein Thema. Also heute ist der Ändere-dein-Passwort-Tag oder Jared Leto, ich habe einen Hang zum Masochismus oder wegen Corona-Boom bei Sexspielzeug oder neue RTL-Show Let's Dance, tanzen jetzt die Kids oder Whales, Vierjährige, entdeckt Dinosaurier, Fußabdruck am Strand. Handy, was sagst du? Der Passwort-Tag natürlich, auf jeden Fall. Okay, Passwort-Tag-Witze. Auf Seite 6. Also, wir können jetzt so ein bisschen spielen wie so ein Morning-Show-Moderator. Ralf, vielleicht bist du mein Counterpart. Hey Ralf! Hey Alex, wie geht's dir? Hey, ja, guten Morgen, 6.45 Uhr, hier ist dein Gute-Laune-Radio. Und heute, hast du vielleicht gehört, ist der Ändere-dein-Passwort-Tag. Und er erinnert daran, sichere Passwörter zu verwenden und sie regelmäßig zu ändern. Kleiner Tipp von mir, wenn du auch mal wieder dein Passwort vergessen hast, ruf zur Not einfach Mark Zuckerberg an, der kennt sie alle. Oder, Achtung, hey Ralf! Aber warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, ich muss da kurz rein. In meiner Bubble-Liste ist das die NSA, man ruft natürlich bei der NSA an. Weil die haben alles, die haben dein Backup und die haben die Passwörter. Also, total versaut. Hey Ralf! Ja? Ja, heute ist, hast du schon gehört, heute ist, weißt du, was heute für ein Tag ist? Na, heute ist doch Dienstag. Nee, heute ist der Ändere-dein-Passwort-Tag. Ich würde mein Passwort hier ändern. Wenn ich's noch wüsste. Hey Ralf! Oh mein Gott! Hi! Weißt du, was heute für ein Tag ist? Nee. Heute ist der Änderer-dein-Passwort-Tag. Da sollte man, der Sicherheit zuliebe, sein Passwort ändern. Zum Beispiel von Mutti ist die Nummer 1 in Papi ist die Nummer 1. Also, Frage an euch, was haltet ihr von der Gagflat-Rate? Kaufen, oder? Na, ich weiß jetzt, warum die Witze so schlecht sind im Morgenradio, oder? Ich glaube, wenn du bei MDR 1 Rachi Thüringen arbeitest, ist es okay. Wenn du halbwegs kreativ bist, dann nicht. Ja, die Morningshow generell, was haltet ihr so, ich muss mir jetzt auch Gedanken machen, wie man so einen Radiosender macht. Was haltet ihr von einer Morningshow, die witzig ist? Wo man so reinkommt in den Tag mit ein bisschen guter Laune? Oder wollt ihr lieber jemanden hören, der einen auch ein bisschen schlecht gelaunt begrüßt? Morgens. Das ist jetzt schon eine ernste Frage, gell? Ja, ja. Das ist schon eine ernste Frage, aber mit einem lustigen Hintergrund. Ja. Also, ich denke mir immer, wenn das alle so machen, oder die meisten, dann hat das einen Grund. Also, die meisten Morning-Dinger sind ja irgendwie lustig, ne? Ich glaube, es... Aber das ist jetzt auch beim Dritten Reich kein wirklich valides Argument gewesen, so langfristig. Oh je, das kann man vergleichen. Okay, den nehme ich mir nicht an. Ne, also ich sage einfach, ich glaube, die Großteil der Menschen wird irgendwie gefallen oder irgendwas bringen oder vielleicht die Werbung, die platziert wird rund um die Morning-Sendung, wird vielleicht besser aufgenommen, wenn auch die Moderatoren gut gelaunt sind, als wenn positive Werbung präsentiert wird im Umfeld von schlecht gelaunten Moderatoren. Ja, okay. Das ist ein Punkt, ja. Aber jetzt mal nur dein oder euer subjektives Gefühl. Tut euch das gut? Oder tut ihr euch damit schwer? Und gute Laune morgens im Radio? Ich würde sagen, ich finde an sich die gute Laune gut. Ich habe nur, sind mir die Leute nicht so richtig sympathisch. Ich glaube, wenn mir einer begegnen würde im Radio, also wenn ich den Sender höre, wenn ich sage, ey, doch, der passt irgendwie in die Welt, die passt in die Welt, dann wäre das fetzig. Aber die sind mir alle so drüber. Die sind alle ein Stück weit weg auch von meiner Situation oder von dem Level, was ich habe an Spaß. So, um die Uhrzeit. Henni, du hörst, glaube ich, überhaupt kein Radio, oder? Ich habe gerade überlegt, vermutlich ist das seit dem Zivi, also vor knapp 20 Jahren, habe ich es nicht mehr gehört. Ich habe null Meinung zu dem Thema. Ich kann es nur irgendwie interpolieren von anderen Umgebungen. Da finde ich es besser, wenn die Leute auch mal menschlich sind und du kannst nicht früh um sechs immer gute Laune haben. Interpolieren, sag mal. Nicht schlecht. Wow. Mensch, Henni, wow. Henni, weißt du, was gestern für ein Tag war? Ich kann dir aber mal sehen. Nee, nein, erzähl es mir. Gestern war der Aktionstag in Ändere dein Passwort. Ist mir persönlich aber zu anstrengend. Okay. Mir auch. Das ist auch Quatsch. Alex, hast du jetzt irgendwelche Insights? Warum ist die Morningshow, wie sie ist? Nee, habe ich nicht. Habe ich nicht. Muss ich noch rausfinden. Ich habe noch ein bisschen Zeit. Aber hoffentlich gelingt mir das. Wäre nicht schlecht. Für meine Familie. Weil, das ist ja vielleicht ein guter Übergang zu unserem heutigen Thema, ich ja unseren Sohn auch ernähren muss. Ja, wenn ich rausgeschmissen wäre, wäre schlecht. Ach ja, seitdem wir gestern... Ich muss jetzt nochmal dazwischen. Ich habe mal irgendwann gehört, Überleitungen im Radio sind out. Und du machst immer Überleitungen. Macht man das noch? Ist das zeitgemäß? Nee, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Aber ein Stück weit ist das ja auch ein bisschen Ironie und Genre-Kritik. Kommt bloß nicht so rüber, weil Ironie im Radio auch nicht funktioniert. Nicht so richtig. Ach so. Aber wie machst du das sonst? Wenn es einfach gesagt wird, okay, Thema zu Ende oder ohne Überleitung und einfach, ach so, wir haben hier noch ein anderes Thema. Ja, man macht einfach, man macht glaube ich ein Thema vor allen Dingen. Man macht es auf, man spricht drüber, man hat die Punchline bestenfalls schon im Kopf, man macht es zu und dann kommt das nächste Lied. Im normalen Privatrundfunk. Ja, schnell muss es gehen, Spaß muss es machen. Alte Radioregel. Und damit zu Brian Adams. Summer of 69. So. Schluss. Okay. Gestern hat mir übrigens, ich habe gestern eine Dame getroffen, die für Radiosender Werbung verkauft. Ja, die geht zu Kunden, die geht zu Puma und sagt hier, unsere Morningshow folgendes, die Jungs machen immer jeden Morgen einen super Lauf, das könnt ihr doch eigentlich Puma verkaufen. Und sie sagt, Puma, ja cool, bezahlen wir euch Geld für ein halbes Jahr, dass ihr jedes Mal Puma sagt, wenn ihr über euren Jogging, über eure morgendliche Joggingrunde redet. Ja, das hat die gemacht, beruflich. Verstehst du, Ralf? Das ist doch, ist das versteckte Werbung, oder? Das kann man als Werbung deklarieren mit einem Werbetrenner. Dann ist es Rundfunk gesetzt, technisch einwandfrei. Ah, okay. Wurde aber auch in den letzten 20 Jahren höchst selten so gemacht. Das war meistens wirklich versteckt. Und die hat ganz am Anfang eine Masche gehabt, weil ich gerade gesagt habe, ich muss hier Geld verdienen für meinen Sohn. Und die hat am Telefon gesagt, bevor sie quasi zu Puma gefahren ist, ich kann aber jetzt nicht zu ihnen nach Fürstenwalde fahren, wenn sie mir nicht, also ich wäre hier rausgeschmissen. Ganz ehrlich, ich wäre hier rausgeschmissen, wenn wir diesen Deal nicht machen. Und damit ist die richtig, richtig gut gefahren. Die hat die Moralkeule gebracht und hat dem Kunden einfach die Pistole auf die Brust gesetzt und es hat funktioniert. Sollen wir jetzt was daraus mitnehmen? Nee, oder? Naja, kann ja mal jeder selber für sich überlegen, wie er das nutzen kann, diesen menschlichen Aspekt. Aber wenn ich über mich oder wenn ich an mich denke, wäre da glaube ich auch drauf eingestiegen. Wenn jemand so ehrlich ist, so offen und mit seiner Existenz droht, dann kann man ja moralisch fast gar nicht anders, oder? Ach, ehrlich? Ich dachte, das war ein Fake. Ich dachte, das war eine Lüge. Naja, das weißt du doch nicht gegenüber. Du denkst doch, dies wird wirklich rausgeschmissen. Okay, ich dachte, es geht jetzt darum, ob wir uns auch so verhalten würden, anstelle der Verkäuferin. Aber nein, wir sind das gegenüber, ob wir sie hätten zu uns kommen lassen. Ach so, verstehe. Ich finde es schon ganz schön harter Tobak. Ja, aber ich hätte sie eingeladen wahrscheinlich. Kostet ja nichts erstmal. Heddy, das Thema der heutigen Sendung, wenn wir es so ein bisschen aufmachen wollen, ist eigentlich die Kinderkriegen aus Sicht der Männer. Überraschung. Ja, wir können ja mal zu Beginn eine Frau hören. Wollen wir mal machen? Einfach hören, wie es ist, Kinderkriegen aus Sicht der Frauen. Ja, und ich würde gerne noch wissen, bevor du als Vater was sagst und ich als Vater, was Henni so denkt, was auf ihn zukommt. Ich glaube, also durch so ein Kind verändert sich ja so eine Lebenswirklichkeit doch ziemlich krass. Und bei mir war es so, ich habe noch studiert und hatte eigentlich das Ticket nach Indien schon gebucht. Und das war dann natürlich eine ziemlich krasse Lebensveränderung. Und dann ist halt die Frage, wie schnell kannst du das irgendwie integrieren, dass du so denkst, ja, das ist halt jetzt so. Und ja, naja, für mich gab es da doch ein paar Irritationen, denn von Indien habe ich dann erst mal so einen Nestbau betrieben. Und dann war ja das Kind nicht so unbedingt so lang ersehnt. Und das heißt natürlich dann plötzlich keinen Kaffee mehr trinken. Und dann muss ich gucken, was ich esse. Und ja, und dann wächst der Bauch. Und das ist auch alles total schön. Irgendwann spüre ich halt die Füße und die Hände nicht mehr. Und dann gibt es halt dieses krasse, einschneidende, also körperlich-ganzheitliche Erlebnis dieser Geburt, was, glaube ich, auch viel verändert, auch in dem Blick auf andere Frauen oder andere Mütter. Und ja, nach der Geburt, dann trage ich so hässliche Netzschlubber. Und ich muss mich stark um meinen Körper kümmern. Und ich bin glücklich, aber auch ziemlich beeinträchtigt. Ja, und dann stille ich und dann versorge ich das Kind. Ja, und dann ist das ja so krass, weil dieses Kind ja so zart und so unbefleckt, fast so heilig ist. Und für dieses Kind trage ich jetzt die Verantwortung. Das ist auf jeden Fall auch so eine krasse Erkenntnis, die dann so momentan mal so reinknallt. Aber ich glaube, das ist geschlechtsunabhängig. Ja, und dann passe ich mich dem Schlafrhythmus an, dem Nähebedürfnis, den Versorgungswünschen und dann später dem Spielwunsch und dem Erkundungstrang, sozialen Bedürfnissen, irgendwann Freizeitaktivitäten, Hausaufgaben, wann es Oma und Opa fährt und so weiter. Also, ja, wie so Anpassungsleistungen vielleicht. Naja, und dann, ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich auch geschlechtsunabhängig, aber gibt es halt, also das beeinflusst ja alles, wann ich arbeite, was ich arbeite, wie viel ich arbeite. Ja, also genau, vielleicht wollte ich dazu noch was sagen. Also genau, dass im Prinzip das, also diese Frage des Zurücksteckens irgendwie ja davon ausgeht, dass irgendwas wiederbringlich ist, was es mal gab. Aber ich meine, das gibt es ja nun durch so ein Kind und überhaupt nicht. Es geht einfach nur alles weiter. Also die nächste Frage ist, welche Sichtweisen öffnen sich? Also es öffnet sich auf jeden Fall die Sichtbarkeit für andere Eltern, also, und auch für deren Erfahrungen und deren Lebensrealität. Vielleicht auch ein bisschen mehr der eigenen Eltern. Ich glaube ja sowieso, dass es da so Zyklen gibt, wo man immer wieder seinen eigenen Eltern näherkommt. Und vielleicht ist das so, gehört das so dazu. Und was die Kinder angeht, gibt es, glaube ich, eröffnen sich durch die Kinder immer wieder neue Sichtweisen. Also es gibt immer wieder neue Sachen zu lernen und neue Sachen zu bewundern. Und also wirklich auch so schnell, dass ich viele Sachen auch einfach wieder vergesse. Ja, und ich muss mich, also ich muss und ich darf mich mit so vielen Sachen beschäftigen. Also, ja, Stillen, wie die Zähne wachsen, Würmer, Fahrradfahren lernen, Spielplatzkultur, Legasthenie, sexuelle Bildung, Smartphones. Also wirklich vielfältig auch. Ja, und dann gibt es so Sachen, die sind so richtig cool. Das sind so Momentaufnahmen, die man so mit dieser Person, mit diesem Menschen hat. Und Willi malt zum Beispiel, der malt so richtig tolle Sachen. Und ich freue mich so richtig, dass er das Malen für sich gefunden und auch so etabliert hat. Und ich bin da einfach echt gerne dabei und bewundere das immer auch sehr. Das ist richtig cool. Und ja, bei Marlene gibt es auch sowas. Ich habe es ja selber nicht so mit Tieren und mit Haustieren. Aber Marlene, die kann wie mit Tieren sprechen. Und jetzt, vor allem auch jetzt, in Corona führen wir gerade regelmäßig Pflegehundegassi. Und da kann ich sie immer dabei beobachten, ganz in Ruhe. Ja, das ist auch ziemlich schön. Ja, soweit das Mal. Spannend. Spannend. Vielleicht erst mal, wo soll ich eigentlich anfangen? Ich glaube, das Spannendste, was ich gehört, also ich habe mehrere spannende Sachen gehört, aber eines der wichtigsten Sachen war, dass natürlich so ein Kind extrem beeinflusst, was man wann, wo, wie noch machen kann. Das habe ich erstens auch schon von einer anderen Mutter gehört, nämlich von meiner Schwester, die selbst ein Kind hat. Und habe das natürlich, als ich für ungefähr ein halbes Jahr bei meiner Schwester gewohnt habe und mich auch viel um meine Neffen gekümmert habe, selbst miterlebt. Da war ich natürlich nicht irgendwie das, die direkte Erziehungsrolle, ja, aber das beeinflusst natürlich ganz schön den Tagesablauf und du brauchst eine feste Struktur. Und ja, das würde ich ganz klar als, das ist eine Challenge und das muss man, ich glaube, das ist das Wichtigste, was ich mir bewusst werden wollen würde, bevor ich so einen Schritt gehen würde, dass das halt nicht zurückgeht, ja, das ist jetzt nicht irgendwie ein Hobby, was du anfängst, wieder aufhören kannst, sondern das ist dann halt da und du musst quasi dein, vieles von deinem Leben dem unterordnen, ja, vor allen Dingen so Struktur am Tag. Was auch gerade spannend war, war, dass irgendwie jeden Tag neue Sachen gelernt werden oder ich kann jeden Tag neue Sachen bewundern. Jo, kann ich auch. Das ist, glaube ich, eine eigene Erziehungsfrage. Also dafür brauche ich kein Kind. Das macht natürlich mit dem Kind einfacher, weil du draußen bist und du kannst einfach auch Spaß haben, wenn das Kind an irgendwie so Alltäglichkeiten Spaß hat. Aber die habe ich auch so. Ja, da muss ich mal kurz dazwischen. Also das habe ich auch im ersten Moment gedacht. Dann habe ich es aber so verstanden, dass sie meint, dass sie bewundert, was mit ihrem Kind passiert. Dass sich ein Kind entwickelt, verändert und sie immer wieder diese Entwicklungsschritte bewundern kann. Ohne jetzt, dass sie besonders gut oder schlecht sind, sondern einfach, was sich da tut in der Entwicklung des Kindes, das sie beobachten kann. Das ist auch noch ihr Kind. Und was halt dazu kommt, was man vorher nicht auf dem Schirm hat, was mir so ging, also mein Sohn ist mittlerweile zwei, ist, dass man Sachen mitbekommt, die man ja selbst theoretisch mal erlebt hat, aber an die man sich einfach nicht erinnert. Also klar, Henni, du kannst jetzt auch rausgehen und Sachen neu entdecken für dich und vielleicht auch zum ersten Mal so sehen. Und klar, wir werden ja auch immer älter und wir sind nur einmal Mitte 30 und irgendwann sind wir Mitte 40 und finden vielleicht den Sonnenuntergang nochmal anders als vor zehn Jahren. Aber wir wissen nicht, auf gar keinen Fall wissen wir noch, wie es gewesen sein mag, als Einjähriger laufen zu lernen. Und das kannst du halt wirklich hautnah miterleben. Das ist ein Einblick in das Leben, den man einfach zwar in seinem Körper irgendwie trägt, aber nicht mehr auf dem Schirm hat. Ja, fairer Punkt. Was ich so, also heute Morgen beispielsweise habe ich meinen Sohn mit dem Auto zur Kita gebracht und direkt als ich da losgefahren bin, gab es so diesen Moment von wegen, boah, jetzt erst mal durchatmen. Also vom Aufstehen bis zu diesem Moment war man so fremdgesteuert und dann gab es diesen Moment von den 10, 15 Minuten auf dem Weg zur Arbeit, die man nochmal ganz anders zu schätzen weiß als vorher. So 15 Minuten Freiheit quasi. Das klingt total furchtbar, als sei das vorher ein totaler Stress und Zwang und Hass gewesen, was es natürlich nicht ist. Aber ich weiß nicht, wie es dir geht, Ralf. Ich spüre da schon nochmal so ein Gefühl von wegen, Abi ist vorbei und jetzt steht einem die Welt offen für eine Viertelstunde. Der Moment, wenn die Kindergabentür zugeht und man so, bis später. Genau, bis später. Wuhu. Tschüss. Yeah, was mache ich jetzt mit meiner Zeit? Auf dem Weg dahin. Ich höre gleich ein Lied oder so. Ja, voll cool, Mann. Ja, aber ich muss trotzdem sagen, das habe ich mir nämlich auch aufgeschrieben, weil da habe ich eine Situation im Kopf, die ist gar nicht so lange her, dass selbst diese Phase, also die hast du ja schon an sich so gut beschrieben, morgens aufstehen und man setzt sich so dem Wecker auf Zeit X und sagt, jetzt rechne ich mal durch, ich muss dann die Kinder wecken, dann müssen die in dem Zeitraum frühstücken so etwa, dann kann ich das, das und dann bin ich so pünktlich bei der Arbeit. Ja, und man versucht das irgendwie gut zu raffen, damit man an dem Abend noch einigermaßen fit ist, also will man nicht zu früh aufstehen, man will aber halt auch nicht zu spät aufstehen, weil man halt pünktlich auf der Arbeit sein will und so weiter. Und in diesem ganzen Funktionieren, wo man trotzdem noch versucht, immer mal zu lachen und irgendwie der nette Papi zu sein, werde ich immer mal rausgerissen, und das ist so ein Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, dass Kinder einen einfach so oft zum Lachen bringen, ja, und es war das Ding, ich, es war ziemlich kühl, ich glaube es war Winteranfang, genau, und meine Tochter Tilda, mein Sohn Maxim, ich lade die beide ins Auto ein, wir müssen nur bis zum nächsten Dorf, um dort in den Kindergarten zu kommen, und ich habe so ein bisschen schon Stress und vielleicht war, ich weiß nicht mehr ganz genau, aber der Morgen vielleicht nicht ganz so gut gelaufen, war vielleicht auch nicht die beste Stimmung zwischen uns, und dann fahren wir aus dem Ort raus, der Blick eröffnet sich auf die Thüringer Agrarlandschaft, ja, die Felder liegen brach, aber es ist überall so ein Rauhreif drauf, und ich höre meine Tochter von hinten sagen mit so einer zauberhaften Stimme, Papa, schau doch nur, diese wunderschöne Winterschandlaft. Dann sitzt du so einfach so, und du fährst nach vorne, null Augenkontakt, und eigentlich denkst du nur, okay, jetzt sind es nach einem Kilometer bis zum Kindergarten, und dann kommt so ein Spruch, und ich sage, okay, alles klar, alles klar, alles klar. Und schon immer hast du die Lockerheit, die du eigentlich hast, wenn die Kindergartentür zugeht, hast du ja plötzlich doch schon mal einen Kilometer vorher. Das hält nicht bis zum nächsten Tag, keineswegs, aber für den Moment fettes Ding, auf jeden Fall. Es ist auch so eine Ambivalenz, auf der einen Seite sich so fremdgesteuert zu fühlen, aber auf der anderen Seite sich so total wirkmächtig zu fühlen, weil man Spuren hinterlassen hat, die über einen selbst hinausgehen. Ja, also man fühlt sich auf der einen Seite gar nicht mannselbst, aber man ist auf der anderen Seite total mannselbst, weil man ja einfach Nachkommen gezeugt hat. Ich denke, das hast du mir ja heute schon mal in der Sprachnachricht so ein bisschen angeteasert, also diese, das habe ich überhaupt nicht so irgendwie so sehr. Das geht mir gar nicht so. Und ich habe dann sogar, ich war auf dem Weg zu meinen Eltern und habe mit denen darüber gequatscht, von wegen das eigene Leben in gewisser Weise verlängern oder sich selbst fortsetzen in irgendeiner Form. Da wussten die erst auch gar nichts mit anzufangen, habe ich in deren Gesichter gesehen. Und noch weniger bei Enkeln, haben sie sogar gesagt. Aber das liegt ja auch nahe, oder? Ja. Ja. Aber ich finde es trotzdem den Punkt des Wirkens interessant, wobei das auch jetzt für mich nicht unbedingt gilt, jedenfalls bin ich mir das nicht bewusst. Das ist jetzt ein bisschen provokant. Vielleicht könnte es sein, ist jetzt mal eine These in den Raum gestellt, dass Menschen, die vielleicht eine Arbeit haben, bei der sie Dinge einfach erledigen, ja, das ist ein 9-to-5-Job, egal, wie auch immer aufgestellt, ansonsten vielleicht noch ein privates Hobby, was sie auch vielleicht alleine ausführen, dann haben die ja in dem Sinne keine Nullmacht. Ich weiß nicht, was du meinst. Null Schaffenswirkung. Ja, auch keinen Einfluss auf andere Menschen. Keinen wesentlichen. Sie können nichts bestimmen. Wenn sie ein Kind haben, ist das plötzlich anders. Aber ich will jetzt wirklich nicht unterstellen, dass das irgendwer tut. Meinst du das als Motivator für ein Kind? Nein, ganz sicher. Ich habe da nur darüber nachgedacht, weil Alex heute schon halt angeteasert hat, dieses Wirken und auf das Kind einwirken und so weiter, dass das irgendwann mal man sich selber weiter fortsetzt. Da habe ich einfach nur gedacht, gut, ob das vielleicht irgendwie eine Rolle spielt. Nicht mal, dass ich das glaube, sondern es kam mir einfach wirklich nur als Gedanke. Ich will das niemandem unterstellen. Dachte mir aber, vielleicht kann ich ja mal als These hier reinhauen. Aber glaubst du wirklich, dass es Jobs gibt? Also wenn irgendwas jetzt da gewesen wäre, würde er den Daumen oder den Zeigefinger heben und würde sagen, auch die Dame an der Kasse im Penny spürt Einfluss. Also ist doch jeder, der irgendwie einen Job hat und selbst wenn du keinen Job hast, hast du doch das Gefühl, irgendwelchen Einfluss auszuüben? Naja, da würde ich, ich glaube trotzdem, dass es mindestens eine Abstufung gibt. Also Leute, die auf der Führungsebene, die müssen halt führen. Ja, aber den spürt man ja im Zweifel selber nicht, weil du ja nicht die andere Perspektive des Managers kennst, sondern du kennst nur deine und deine hat Einfluss. Genauso wie die des Managers. Und der Manager ist so arrogant und sagt, meine hat aber mehr Einfluss als die an der Kasse. Okay, dann jetzt wirklich so einer der Jobs, wenn du irgendwo wirklich mal ganz, das klassische Beispiel Fließbandarbeit, bei Amazon im Paketcenter. Rechts, links, rechts, links, rechts, links. Okay, das habe ich sogar gesehen, ja. Ich glaube, das trifft ihr gerade ab, dass ihr gerade so eine Sozialtheorie. Was mich interessieren würde, und wart ihr euch irgendwie vorher bewusst, als die Entscheidung gefallen ist, wir kriegen ein Kind, dass ihr dann quasi nicht mehr Herr über eure eigene Zeit seid. Hat die Überlegung eine Rolle gespielt? Weil, wo ja die Frage kommt, in der Zeit könnt ihr überlegen, das ist für mich eine der Hauptgründe. So, ich habe einfach Bedürfnis, auf die Freiheit zu haben, ich könnte jetzt in mein Auto steigen und an die scheiß Nordsee fahren. Niemand könnte mich aufhalten. Die Bundesregierung. Oder die Landesregierung. Aber gut, ich weiß schon, was du meinst. Ja, weißt du, so. Oder ich könnte auch morgen meinen Chef eine Kündigung auf den Tisch knallen und sagen, war schön, ich mache jetzt mal irgendwie was Sinnvolles. Ohne den Gedanken zu haben, den du am Anfang hattest, Alex, mit, du musst ein Kind ernähren. Also, in dem Zusammenhang fühle ich mich da halt ungebunden. Was natürlich dann auch mit der Feigheit zu keiner Bindung erhofft wird. Also, es könnte sein, dass das als Feigheit interpretiert wird. Aber es ist einfach eine bewusste Lebensentscheidung, ich will diese aktuell, in meinem aktuellen Lebensabschnitt, die Freiheit haben, jederzeit all by myself sagen zu können, so läuft es hier. Also, unser Kind war ein Wunschkind und wir haben uns darüber lange Gedanken gemacht und das hat natürlich in der, wenn wir es mal böse ausdrücken wollen, Rechnung eine Rolle gespielt. Ja, war ein Faktor und es war quasi, wenn du es so willst, einer auf der Minusseite. Ich weiß nicht, wie es dir ging, Ralf. Ich glaube, ich war einfach, da könnte man fast sagen, naiv. Ich habe mich einfach nicht dazu informiert und habe scheinbar nie die Gespräche mit Eltern dazu geführt. Ich war da wirklich mit dem Zeitpunkt der Geburt überrascht, wie wenig Zeit mir für andere Dinge bleibt. Oder das, was alles jetzt Henni halt beschrieben hat, brauche ich ja nicht alles wiederholen. Und das war echt krass. Ich habe heute auch noch kurz mit meinem Vater dazu gesprochen, der hat dann gesagt, ja, es sind halt so Entwicklungen. Ich sage, das war keine Entwicklung, das war eine schlagartige Statusänderung. Ja, also das ist auch einer der dicksten Minuspunkte, die ich hier so auf meiner Liste habe. Ich habe ganz klassisch eine Liste gemacht. Was hast du denn da noch schon? Ja, weniger Einsamkeit im positiven Sinne und Zweisamkeit. Also für mich gibt es jetzt einfach in meinem Leben gibt es vielleicht fünf Dinge, für die man im Wesentlichen Zeit aufwendet. Das ist die Arbeit, jetzt ohne Priorität, ja, wirklich nicht, keine Reihenfolge. Dann gibt es Zeit mit Freunden, es gibt die Zeit, die man selbst irgendwie für irgendwas braucht, ob es Joggen gehen ist oder den Himmel standen, keine Ahnung. Dann gibt es die Familie mit Kindern jetzt und es gibt die Zeit mit dem Partner, der Partnerin. Und tja, vorher war der Tag voll, da gab es die Familie noch nicht. Jetzt ist die Familie da und die nimmt sich nicht nur ein kleines bisschen davon und da kommt am ehesten eigentlich Einsamkeit, Zweisamkeit, so, was direkt fehlt und Freunde, muss ich ehrlich sagen, versucht mal irgendwie, genau wie mit diesem Podcast, irgendwo noch runterzubringen und setzt sich hier abends mitten in der Woche hin, um euch zu quatschen, euch Typen. Aber das, ja, das ist halt echt schwierig, das irgendwie alles unter einen Hut zu bekommen. Wollt ihr zu versagen oder so? Ich mache meine Liste auch einfach weiter. Ja, machen wir weiter. Ja, mangel an Spontanität, hat Henni schon gesagt. Ich esse dummerweise mehr, also mir tut das echt weh, wenn irgendwo auf einem Teller was liegen bleibt, so, ja, und Kindern beizubringen oder, das geht nicht, ich habe nichts mit beibringen zu tun, dass Kinder ein Gefühl dafür entwickeln, wie viel sie etwa essen werden, ich glaube, das braucht ein paar Jahre und es braucht vielleicht auch noch ein paar Jahre und ich bin irgendwie immer der, der das aufessen muss oder will, weil ich es halt echt nicht weghauen will, dass es mir zu schade fürs Essen ist. Papa ist der Biomüll, du da. Ja, das ist echt, das ist derb, da nimmst du dir vor, sagst du, auch so vom Vorleben her, sagst du dir, ey komm, mach mal hier Kohlenhydrat-Diät, pump es mal wieder ein bisschen und abends ist der einfach mal nur so, hast du hier nur so einen Eiweiß-Shake rein, wie sieht das aus? Alle müssen sich Brote schmieren und auch etwas essen und der Papa trinkt so einen Schoko-Trink. Ja. Ist halt echt nicht so einfach drin, gell? Ja, dann habe ich noch so, Abweichen von der Norm ist nicht mehr so einfach drin. Also man versucht ja so ein Reglement aufzusetzen. Ist das nicht Spontanität? Nein, 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 nein. Es geht einfach darum, zum Beispiel, am Essenstisch wird gegessen und nichts anderes gemacht, wenn gegessen wird. Wenn ich jetzt früher mit meiner Freundin einfach gesessen hätte, dann hätte ich meinetwegen auch mal das Handy gezückt und hätte was gelesen, sie hätte auch was gelesen, was auch immer. oder ich hätte am Morgen beim Frühstück, wenn ich Müsli esse, auch gerne die aktuellen News mir irgendwie reingezogen. Ist halt nicht mehr drin, weil wie soll ich dem Kind, dem ich gerade vermitteln will, dass es so und so läuft, jetzt sagen, aber jetzt ist hier gerade eine Ausnahme. Warum ist jetzt gerade eine Ausnahme? Das ist schwierig zu erläutern. Und dann lässt es halt lieber bei der Norm. Und machst Dinge einfach nicht mal doch anders. Dann habe ich noch Schimpfwörter reduzieren, wobei ich mich selbst darauf, mit mir selbst geeinigt habe, dass es einfach nur Schimpfwörter betrifft, die man wirklich nicht sagt. Also Scheiße ist in Ordnung? Scheiße ist völlig in Ordnung. Genau, Scheiße ist in Ordnung. Finde ich auch auf jeden Fall. Also unser sagt auch schon Seiße. Ganz ruhig. Ich sage aber zu Tilda, das muss ja auch nicht am Ambrotstisch sein, ja. Aber wenn dich irgendwas nervt oder irgendwas dir nicht passt, dann kannst du ruhig mal Scheiße sagen, wenn das raus muss. Seiße, 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 Seiße. Ja, vor allem, wirklich, weiß ich auch noch, wenn das, kann ich mir richtig vorstellen, bei einem Sohnemann, wenn das halt so das erste Mal kommt, und du bist einfach wieder in so einer ganz normalen Situation und dann, es gibt eigentlich gar keinen Grund, und dann sagt so ein kleines Kind plötzlich solche Wörter, das hat echt viel Witz. Ja, ja, ja. Das ist ganz schnell peinlich, wenn man da auf dem Spielplatz steht, denken alle gleich wieder, oh, wie ist der denn erzogen? Gestern auch, aber das kann man eigentlich gar nicht erzählen. Ah, ich saß, nee, kann man das erzählen? Mach scheiß drauf. Also ich hab ihm gesagt, ich muss jetzt echt nach Hause, ich muss kacken. Hab ich ihm gedacht. Und dann trage ich ihn durch unseren Hausflur, und die Nachbarn waren im Erdgeschoss und packen auch gerade ihren Kinderwagen weg. Papa, kacken. Das ist einfach unangenehm. Ja, aber klar, wenn die dann anfangen zu reden und alles nachblabbern, aber auch das, ey, das erlebst du doch sonst nicht. So diese Situation. Und du hast halt immer diese Ausrede, das finde ich so krass, wie die Leute auf das Kind und auf dich mit einem Kind reagieren. Ja, das ist ja, geht so ein bisschen in die Richtung wie, ich hab einen kleinen Hund und bin im Park unterwegs und die heiße Schnitte hat auch einen Hund. So und plötzlich bin ich der attraktive Hundebesitzer. Also wirklich, wie sich die Wirkung auf andere Frauen, also nicht, dass ich jetzt Bock hätte zu flirten, das ist ja auch völlig albern mit einem Kind, aber diese Wirkung auf andere Frauen sich verändert hat. Man wirkt vielleicht dann auch einfach als der zuverlässige, ja, als der zuverlässige Typ, als der potente Ernährer einer Familie. Irgendwie, keine Ahnung, scheint das was auszustrahlen. Also echt, das hat sich von jetzt auf gleich, hat sich das, vorher haben mich die Frauen nicht mit dem Arsch angeguckt. Nein, im Scholen. Nee, da wart mal drauf, wenn du dein Zweigkinder mit denen unterwegs bist. Das potenziert sich, Junge. Ernsthaft, ja. Dann noch bei aktiven Wandern im Wald oder so. Oh, der macht was, der ist aber gesund. Mensch, also hallo, hallo. Ja, ich habe noch als positiv die Ehrlichkeit. Also ich halte mich selbst schon für einen ehrlichen Typen, aber Kinder sind noch mal so krass ehrlich und da habe ich wirklich erst vor einer Stunde eine Situation gehabt. Wir haben heute Abend noch ein bisschen nach Montessoriart Übungen der Stille gemacht, gehen auf der Linie. Klingt alles ein bisschen skurril, aber es ist wirklich interessant, kann ich auch nur empfehlen. Und ich habe da halt so ein Buch, wo da ein paar Übungen drinnen stehen und man soll am Anfang die Kinder dazu heranführen und eigentlich soll man nicht sagen, wir machen heute eine Übung und du machst da jetzt mit, sondern man soll ihnen das so ein bisschen schmackhaft machen. Und ich habe, ähm, ja, das nehme ich eins verwechslung, das funktioniert ja witzig. Ich habe, ähm, ich habe diese Übung gemacht, meine große Tochter war am Ende noch übrig, der kleine Sohnemann war schon wieder weg und, ähm, sagt sie zu mir, Papa, da waren aber nicht alle Übungen aus dem Buch, oder? Und ich fühle mich schon so voll gelobt, ja, sag so, nee, ein paar habe ich mir auch selber einwandeln lassen. Wieso fragst du denn? Naja, du hast gesagt, alle Übungen sind lustig und machen Spaß. Die waren nicht lustig, die haben Spaß gemacht. Echt, weißt du, stehst du so drin, wirklich so, ich meine, man hat ja, auch als Vater, hast du deinen Job noch, wo du irgendwie so krasse Dinge reißen kannst, irgendwie, ne? Aber manchmal ist es auch gegenüber Kindern, dass du halt, wenn du dann mal irgendwas hinkriegst und wenn du nur einen Stein auf dem Wasser sechsmal hüpfen lassen kannst und deine Kinder dich angucken, als könntest du was, dann fühlt man sich selber auch relativ stolz, wo, wenn das in einer normalen Erwachsenengruppe gewesen wäre, du dich da nicht irgendwie positioniert hättest, gell? Aber wenn du dann hier bei uns im Spielzimmer stehst und denkst du, sie lobt dich gerade, dass du hier so kreativ dir ein paar Übungen hast einfallen lassen, um dich dann im nächsten Moment einfach richtig weit runter zu schicken. Wie alt sind deine Kinder? 16 und 18. Fünf und drei. Check. Ja. Alex, Dana, wie alt ist er? Ja, fast zwei. Fast zwei. Ja. Also was ich auch noch echt spannend finde, sind so diese ganzen körperlichen Sachen, die man auch gar nicht auf dem Schirm hat. Das hat ja auch hier die Dame, die wir gerade eben gehört haben, schon mal angesprochen. Würmer hatten wir jetzt noch nicht. Aber dieses ganze Ding von wegen so Zähne kriegen, das hat man ja vorher nicht auf dem Schirm. Oder Zähne putzen. So ein Scheiß. Das macht halt wirklich überhaupt gar keinen Spaß. Oder Fieber. Oder zu warm angezogen oder zu kalt angezogen und überhaupt frieren, solche ganzen körperlichen Dinge. Ja, das geht dann wieder rein, in die ich bin verantwortlich, Nummer, aber das einfach noch mal von außen zu beobachten und halt von Null ausgehend. Und was ich wirklich auch richtig, richtig krass finde, ist diese ganze Sprechentwicklung, Sprachentwicklung. Also Henni kriegt das ja mit. Henni übrigens, kann ich die Geschichte erzählen, warum du ein Prominenter bist? Bei uns, wir haben so ein kleines Buch und da ist jemand drin, der sieht ein bisschen so aus wie Henni und da habe ich meinem Sohn gesagt, auf jeden Fall. Das ist ja auch lustig. Ich sage ja auch gerade dem Rollenbild gerecht. Henni, genau, das ist ein Lkw-Fahrer, das gibt dem Baggerfahrer Ben und da gibt es noch so einen Typen, der fährt den Lkw, hätte ich gesagt, das ist Henni. So, und dann hat der Kleider zum ersten Mal Henni auch in echt gesehen und danach war, krass, okay, das ist Henni aus dem Buch, die sehen sich wirklich ein bisschen ähnlich, ist Henni, der hier nach Hause kommt. Boah, das ist der erste Prominente im Leben meines Sohnes. Ja, und jetzt macht Henni auch tatsächlich ein Lkw-Führer schon so. Ich muss ja die Rolle irgendwie halten, oder? Wenn du den dann mal einlädst, wirklich Henni, wenn du dann so einen Lkw einfach mal hast, dann kommt Alex mal vorbei. Ja, das ist schon, da reicht ja auch schon kleiner, ne, also als Kind. Ja, ja, auf jeden Fall und dann geht es halt los und Henni hier und Henni da und Ömmes ist Patenonkel, es ist immer Dunkel Ömmes, nicht Onkel Ömmes, Dunkel Ömmes und das ändert sich aber auch. Scheiße, der ist auch gut. Mir ist das tut mir schon leid, ich möchte mich entschuldigen für dumme Witze. Und ja, vorher war es einfach nur Henni, Henni und dann plötzlich wird es Henni, äh, äh, Lkw-Fahrerin oder, ähm, Baggerfahrer Ben und Henni, weißt du, so Geschichten, das jetzt, ich kriege es glaube ich jetzt nicht so rübergebracht, wie es mich begeistert, aber diese Zusammenhänge im Kopf, die kriegt man ja, Henni sieht meinen Sohn vielleicht alle zwei Wochen ungefähr, würde ich sagen, oder Henni, das passt? Ungefähr. So, und da kriegt man ja schon auch Entwicklungen mit, aber man kriegt es ja bei einem kleinen Kind einfach jeden Tag mit und dann wacht er morgens auf und fängt plötzlich an irgendeinen Kram zu erzählen, den er gestern noch nicht kannte. Das ist wirklich besser als jede Netflix-Serie, finde ich. Einfach so diese Entwicklung, das ist jedes Mal irgendwie auch ein kleiner Klimax. Ja, da komme ich jetzt noch auf ein Ding, wo du gerade sagst, jeden Morgen, also was ich besonders wahnsinnig so als Magic Moment sehe, ist, wenn ich meine Kinder beim Schlafen beobachte. Mhm. Das hat noch viel von Baby auch, ne? Ja, das hat einfach so eine Ruhe und Frieden, ich weiß nicht, ja, unsere, deine Freundin, die vorhin was gesagt hatte und auch die Freunde von MS, die hatte da auch irgendwas gesagt, die hatte so ein Wort, der hat ja nicht jungfräulich gesagt oder unberührt, irgend sowas hat sie gesagt. Ja, ja, unschuldig, genau, ja. Unschuldig, ja. Und das ist echt Wahnsinn so, wenn man das so sieht und da hat man halt auch Zeit, wenn man die Kinder anguckt, da muss man, dann lachen die eigentlich an, das ist auch mal ganz gut, also ich meine, nicht, dass ich das gegen Lachen habe, aber man hat einfach wirklich diesen Moment für sich und kann die Kinder so anschauen. Das ist ja eigentlich, hatte ich oben bei dem, auf meiner Liste noch beim Lachen mit Positiv, also nicht nur, dass sie lustige Dinge tun, aber so im Grundsatz, wenn du dein kleines Kind siehst, dann ist man irgendwie drauf getriggert, da zu lächeln, oder? Also ich gucke meine Kinder nicht böse gelaunt an oder schlecht gelaunt an, wenn es nichts mit ihnen zu tun hat. Ja. Und das automatisch weiß man auch, wenn man selber lächelt, egal ob man selber gerade heitere Stimmung hat, dann beeinflusst das ja die eigene Stimmung. Und deswegen würde ich grundsätzlich sogar sagen, dass ich, abgesehen vielleicht von den anstrengenden Momenten, besser gelaunt bin. Vielleicht ist das auch der absichtliche Gegenpol der Natur, damit man manche Momente einfach erträgt. Und das ist jetzt auch noch ein wichtiger Punkt, finde ich, dass sich die Sicht auf Frauen und vor allen Dingen auf Mütter auch nochmal wirklich verändert. Also was die, was die leisten mit allem, was dazugehört. Und du bist ja am Ende des Tages dann immer nur die zweite Wahl trotzdem, ja, weil Mama ist eben Mama. Das ist halt vor allen Dingen so ein Stillthema. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei Kindern ist, die nicht gestillt wurden, also gar nicht gestillt wurden. Aber ja, diese Verbindung zwischen Kind und Frau, die ist halt wegdiskutierbar und ich will vor allen Dingen darauf hinaus, dass das halt nochmal eine krassere Verantwortung und nochmal eine viel höhere Einschränkung in dem Leben ist als bei uns Männern. Das ist sicher, ja? Das glaube ich auch. Also nur aus anedotischer Erfahrung quasi bei meiner Schwester, als ich bei ihr gewohnt habe, war sie gerade alleinerziehend und ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie das geht. Also so irgendwie so einen 30, 40 Stunden Job zu haben, ein Kind im Kindergarten und das auch noch so einen Anspruch zu haben, für das Kind da zu sein. Nee, da war er, glaube ich, nee, da war gerade Grundschule. Das heißt, du musst auch schon so Hausaufgaben machen und du dann so ein sechsmal verhalten, kreatives Kind hast, was natürlich so gar keinen Bock auf Hausaufgaben und Zähneputzen, diesen ganzen Kram hast und du hast aber auch schon einen harten Tag hinter dir und dann noch diese Ruhe zu haben, trotzdem irgendwie dem Kind zum 100. Mal zu erklären, wie es irgendwie eins plus eins geht. Ich glaube da einfach nur mega Respekt vor allen, die das als Paar hinkriegen mit irgendwie beide im Job und vor allen Dingen auch vor Alleinerziehenden. Krass. ja, das ist keine einfache Aufgabe. Einfach um Zweifel, was zweifelst du? Ja, du gehst jetzt davon aus, das nehmen wir mal die Stillzeit, lassen wir jetzt mal außen vor, über die sind wir jetzt drüber. Ja. Wenn jetzt Vater und Mutter jeweils genauso viel Zeit mit dem Kind verbringen, ist die Beziehung deiner Ansicht nach eine deutlich andere zur Mutter? Nicht eine deutlich andere, aber Mama ist halt Ultima Ratio. Also wenn es richtig, richtig scheiße ist gerade, dann ist im Zweifel halt Mama am Start. Das kann auch mal anders sein, da gibt es auch sicherlich keine Erhebung, also ich kenne zumindest keine Erhebung dafür, aber ja, auch anekdotisch vor allen Dingen aus meinem Leben sage ich, dass der absolute Nullpunkt, der wird halt mit der Mutter bestritten. Na, ich denke jetzt einfach dahingehend, also ich habe ja auch im Freundeskreis ein paar Frauen, die sich als Feministinnen verstehen und da wäre ich jetzt einfach, bin ich immer vorsichtig und denke darüber nach, gut, denke ich das jetzt einfach so, weil das vielleicht so ein etabliertes Rollenverständnis ist oder ist das wirklich so? Also das würde ich jetzt einfach nicht ganz sicher sagen oder wenn du sagst, das ist auf deine persönliche Erfahrung, ja, dann kann man die ja nicht anzweifeln, dann ist das einfach so. Es ist auch ein Stück weit meine Erfahrung, aber ich wäre da jetzt nicht ganz sicher. Also ich habe wirklich alles dafür getan, dass es nicht so ist, ja, ich habe die Elternzeit komplett ausgereizt, ich habe insgesamt 17 Monate nicht für Amazon 100% gearbeitet, war mal komplett weg mehrere Monate von der Arbeit, ansonsten 50%, ordne auch jetzt meinen Beruf total meinem Kind unter und ich würde sagen, ich gebe alles dafür, dass ich möglichst viel Zeit mit ihm verbringe, aber ja, trotzdem komme ich nicht auf das Level. ja, und es mag natürlich anders sein und wirklich auch unsere Beziehung ist jetzt nicht so gestrickt, dass wir in alten Rollenbildern verharren, echt nicht, eher im Gegenteil, aber ja, da ist halt offenbar trotzdem, ich meine, das Kind hat neun Monate in diesem Bauch verbracht. Das hat man halt dazugehört zu diesem Körper. Woran sich aber wahrscheinlich nicht mehr erinnern kann. Der zumindest nicht kognitiv, aber vielleicht hat der Körper irgendeine Erinnerung daran. Wissen wir nicht. Können wir jetzt nicht nachprüfen. Es ist ja alles nur, also das ist wie gesagt nur mein, nur mein, nur mein persönliches Empfinden. Aber Henny, nochmal zurück zu dem Punkt, den du vorhin gemacht hast, mit dem, wart ihr euch bewusst, welche Einschränkungen das mit sich bringt. Ich glaube, das ist auch viel so ein Beziehungsding und wie kriegst du es einigermaßen hin, wenn das Kind dann in einem bestimmten Alter ist und bei uns ist das schon so weit, dass jeder das Kind ins Bett bringen kann und wenn es auch eigentlich so läuft, dass es eben nicht diesen Punkt Null gibt, wo die Mama unbedingt gebraucht wird, dann kann man sich da schon so absprechen, dass man einigermaßen wieder sein altes Leben zurückbekommt. Also ich kann, also ich weiß jetzt, ich schreibe bloß zwei Kinder, ich habe ein Kind, ich kann, wenn das ginge, feiern gehen, diesen Tag, den ich feiern gehen möchte. Ich mache den Podcast hier am Abend, ich finde noch Zeit für mich. Es ist natürlich weniger und sicherlich komme ich auch so ein bisschen aus dem Mangel raus, den Mangel der ersten Kindermonate, wo sowas halt nicht ging und bin jetzt umso froher, dass es geht und fühle mich damit total wohl und bin glücklich, aber mittlerweile geht es auch meiner Frau wieder so, sie kann sich mit Leuten treffen, das ist alles irgendwie nicht wie vorher, aber dieser Punkt, würde ich sagen, wo man sich so eingeschränkt fühlt, zumindest was diese Freizeit angeht, wenn das Kind schläft beispielsweise oder auch wenn es nicht schläft, sondern bei dem anderen Partner ist, das ist nicht mehr so krass. Das ist sogar, würde ich sagen, fast vorbei. Okay, also was du jetzt dennoch aus meiner Sicht vergessen hast, ist ja die Zeit mit deiner Frau. Nur mit deiner Frau. Ja. Also es muss ja nicht zwangsweise immer sexuell sein, aber irgendwie einfach Erlebnisse mit einer Partnerin. Das muss man sich, finde ich, also ich meine, wir sind jetzt schon auch wirklich lang zusammen, seit 2006. Das haben wir auch dann irgendwann im Laufe unserer Beziehung ohne Kind so machen müssen, dass wir uns bewusst verabreden, ansonsten wohnen wir zusammen und führen halt eine Beziehung mit einem, was dazugehört, aber so diese gemeinsamen Abende, da muss man irgendwann anfangen, die zu planen und die sich wirklich auch zu nehmen. Bewusst zu nehmen, sonst wird es halt genauso so irgendwie miteinander, aber irgendwie ist das von früher vielleicht nicht mehr da und deswegen gibt es da eine bewusste Planung und das ist jetzt auch so. Also wir machen eine bewusste Planung und es gibt irgendwie ein Pärchenabend und mindestens einen und der ist dann aber auch nochmal umso intensiver. Also eben weil du weißt, okay, das Kind ist im Bett, jetzt haben wir Zeit für uns. Boah, das ist so ein bisschen wie das Gefühl, was ich am Anfang gesagt habe, Kindergartentür zu. Okay, jetzt war ich kurz überrascht. Ich dachte, ihr gebt ihn schon weg, aber das heißt, ihr überhaltet euch nur in der Wohnung auf. Wir halten uns in der Wohnung auf, ja, ja, klar. Das sage ich trotzdem auch ist eine Einschränkung. Ja, okay, das mag vielleicht jetzt nochmal mit Corona auch nochmal eine besondere Situation sein. Wir können eh nicht mehr gehen, wo wir es denn hingehen gerade. Ja, gut, das stimmt. Was dann auch wieder so dieses subjektive, die subjektive Perspektive ist. Also was wir hier machen, ich weiß jetzt nicht, wie es unseren Hörerinnen und Hörern geht da draußen, ob man hier, ob wir irgendwie offene Ohren finden oder ob alle eh nur sagen, dieses subjektives Gelaber, ist eben alles nur subjektives Gelaber. Was wir hier erzählen, sind keine Wahrheiten. Ja, ja. Ich habe mich auch vorher gefragt, ob das überhaupt irgendwen interessiert, der noch keine Kinder hat. Also die Frage kann ich ja fast schon direkt nochmal hinny stellen. Ist das für dich hier ein müdes Thema? War das jetzt schon, was wir gerade hier gequatscht haben? Zu viele Insights, zu viel, auch kann ich nichts mit anfangen. Ich weiß nicht, wovon die reden. Das Thema hat eine Zuhörerin aufgemacht. Das ist keine Antwort auf die Frage. Doch, doch, doch. Warte, ich war natürlich nicht fertig. Also das Thema hat eine Zuhörerin aufgemacht und ich glaube, wir haben das auch gut besprochen. Und ich habe gerade nichts Neues für mich mitgenommen, wenn ich ehrlich bin. Das ist schlecht. Ich habe halt auch die Situation gehabt, dass ich quasi, wie gesagt, ein halbes Jahr lang mit dem Kind zusammengewohnt habe als der einzige Mann da und habe viel mitgemacht. Und das ist natürlich gar nicht die Rolle und auch diese Gedanken, die ihr da gerade geäußert habt. Aber ich kann die Situation so ein bisschen nachvollziehen. Aber vielleicht haben alle anderen was draußen gelernt. das ist doch auch okay. Oder sich ein bisschen gehört gefühlt, Ralf. Ich habe das Gefühl gehabt, dass als ich diese Geschichte erzählt habe von heute Morgen, Kind weg, hast du dich sehr wiedergefunden. Mhm. Ja, und es ist ja auch ein gutes Gefühl, dass man sich als Ich bin nicht allein. Ja, genau, ich bin nicht allein und irgendwie, keine Ahnung, den anderen geht es auch so und ja, vielleicht konnten das da draußen, ich finde, das gehört halt dazu, Henni, deswegen fand ich das Thema auch gut. Es gehört dazu zum Leben und darüber kann man mal reden. Ich finde das voll gut, ehrlich gesagt. Das ist so ein bisschen Insight und ja. Also ich habe da immer noch mal den Gedanken, dass Sprache einfach an ihre Grenzen trifft. Dass das, was Alex, was wir zwar jetzt gesagt haben, einfach erstmal völlig normal klingt, vielleicht auch jetzt dezent vergleichbar mit dem Beschreiben einer Drogenerfahrung, ja, das ist aber trotzdem, kannst du erklären, wie du willst, wie das ist, Vater zu sein, schwierig auf den Punkt zu bekommen. Ist ja auch unter Umständen mit der Grund, weswegen wir gesagt haben, ja, krasses Thema, interessant. Irgendwie bringt es noch niemand anders richtig auf den Punkt. Vielleicht ist das auch gar nicht so einfach möglich, das jemanden zu beschreiben, der eben noch nicht Vater oder Mutter geworden ist. Das ist ja auch das Absurde bei solchen Reporterfragen, direkt nach dem Gewinn der Deutschen Meisterschaft. Dann sollen sich irgendwelche Sportler hinstellen und sollen sagen, wie sie sich jetzt fühlen. Das kann eh kein Mensch nachvollziehen und der kriegt es bestimmt nicht hin, das so zu formulieren, dass man dann zu Hause sich denkt so, oh ja krass, das muss voll fett sein, hier ist Gänsehaut. Ja, das stimmt schon, Sprache hat da auf alle Fälle ihre Grenzen. Ja, ich habe noch so eine Frage, die man vielleicht, die ich vielleicht in den Raum stellen würde. Was ist denn so heutzutage eine gute Zeit, um Eltern zu werden? Boah, das ist auch voll subjektiv, Ralf. Ja, gut, lass mal oder was? Ja, würde ich schon sagen, weil es gibt kein richtig und kein falsch. Was glaube ich wirklich nicht gut ist, wenn man es viel zu spät macht, dass es totale Risiken birgt und dass man die ganze Schwangerschaft über nicht sorgt macht. Deswegen gibt es für mich ein Falsch, um da gleich reinzugehen. Ganz klar. Eine biologische Barriere ist ja da. Ja, genau. Zu spät. Ich glaube, das war viel zu plump formuliert. Es meinte eher von der Situation, in der man sich, ob man die beschreiben kann, also andersrum nochmal gesagt, gibt es denn Menschen, die sagen, ich bereue es? Es gibt ein Buch sogar. Für diesen Zeitpunkt. Was? Es gibt ein Buch sogar, wenn Mütter bereuen. Ach so? Mhm. Okay. Hat, haben sich unsere Frau nochmal gegenseitig ausgeliehen. Okay, weil ich dachte jetzt, ich habe auch im Bekanntenkreis, eine Mutter, die hat ihr Kind mit 18 bekommen und da denkt man jetzt, boah, puh, die muss ich ja geärgert haben. Also da schon jetzt, Mensch, naja, so plakativ denke ich da. Und da habe ich die mal gefragt und alles gut oder wie? Ich freue das nicht, alles gut. Die hat dann natürlich, ich weiß nicht, ob es das anders auch gut gefunden hätte oder ob es irgendwie überhaupt eine schlechte Zeit gibt. Darauf will ich hinaus. Ich will jetzt nicht, die Weisheit, am besten 28, weil dann hast du durchschnittlich das Einkommen und dann kannst du so rechnen und dann ist das Kind mit dem Alter aus dem Haus raus und so. Sondern einfach nur, ob es einen richtig gibt oder ob es eigentlich vielleicht sogar, egal, das kennt ihr irgendwen, der sagt, boah, hat mich geärgert, ich war zu früh dran oder zu spät. Es gibt ja auch welche, die sagen, es gibt ja genug Menschen, die in dieser teilweise Single-Gesellschaft, vielleicht jetzt auch da, die vor ein Handy denken, sie sind schon zu spät. Vielleicht sind sie es aber auch gar nicht. Ich glaube, in unserem Alter noch nicht, ehrlich gesagt. Die Antwort würde in zehn Jahren anders aussehen, aber aktuell nicht. Und also das, um da vielleicht nochmal zurückzukommen, das ist auch einfach so ein Anker, oder? Also jetzt hast du irgendwie so ein Kind und dann zementiert das ja einfach auch viele Sachen, weil irgendwie ein Umzug wird schwieriger und so, also sowas geht in meinem Kopf vor bei dem Thema, ja. Einfach okay, okay, jetzt muss ich an diesem Ort bleiben und irgendwie das Nest irgendwie so machen und keine Ahnung und wenn du jetzt aber irgendwie Bock hast, irgendwas anderes zu machen, woanders hinzugehen, geht's nicht mehr. Ach, das... Also, es geht nicht mehr, ist natürlich falsch, das weiß ich auch. Es ist halt einfach nur wesentlich aufwendiger, als wenn du kein Kind hast. Das würde ich nicht sagen, zumindest nicht zum jetzigen Zeitpunkt. Ich weiß nicht, bei Ralf, zwei Kinder, das Mädel ist fünf, vielleicht schon ein bisschen schwieriger, da Freunde jetzt hier zu lassen, aber... Ja, ich glaube, die Freunde sind das Einzige. Habt ihr auch mal mit einer Kinderpsychologin drüber gesprochen? Mhm. Und das ist jetzt so, das Kindergartenalter ginge sogar noch, so zum Umzug, aber dann Grundschulalter, da kommen die festen Freundschaften. Wobei ich das jetzt auch trotzdem relativ sehen würde, also ich war mit keinem von euch beiden hier zum Beispiel in der Grundschule, ja. Und ich kenne ehrlich gesagt so gut wie niemanden mehr aus meiner Grundschule, außer meinen Kumpel Tido, den ich an dieser Stelle grüßen möchte. Der wollte mir hier ins Studio endlich mal irgendwie noch eine Tischverlängerung einbauen eigentlich, der alte Tischler, aber hat er nicht gemacht bisher. Ach so, okay. Tilo, schöne Grüße. Wenn ich einmal dabei bin, ich muss jetzt auch noch mal meinen Kumpel Martin vom letzten Mal grüßen, der hört uns auch fleißig und der will auch gerne Schwarte genannt werden, sein eigentlicher Spitzname. Hallo Schwarte. Ich hätte jetzt noch eine Frage. Macht ihr, das ist eine gute Überleitung, habt ihr euch um die finanzielle Absicherung eurer Kinder? Oh, stark. Das eine ist das nächste Thema. Oh, Wahnsinn. Ralf weiß gar nicht, was noch für ein nächstes Thema kommt. Ich weiß auch gar nicht, ob Ralf das noch bekommen hat. Doch, doch, doch. Weißt du schon? Doch, doch. Ich habe natürlich das Vorgespräch gemacht, als du noch getrödelt hast. Ja, Halsmaul. Also finanzielle Absicherung, ich finde, Geld verdienen, zur Arbeit gehen, macht mehr, nee, warte, ergibt mehr Sinn. Ergibt mehr Sinn, auf jeden Fall. Ich finde es total, ich finde es viel sinnvoller als vorher. Ich kann den Punkt verstehen, aber ich möchte jetzt das zurückgeben, was du hin gesagt hast, das ist ja keine Antwort auf die Frage. Ja. Finanzielle Absicherung, yo, das kann aber, es ist einfach quasi parallel passiert, dass ich in meinem neuen Job dann, also der Job vor Amazon hat weniger Geld gebracht, als der dann bei Amazon und damit war die Möglichkeit, da auch Geld anzulegen und das habe ich dann auch direkt quasi für meinen Sohn getan. Jo, tue ich. Ist das so irgendwie ein dediziertes Tagesrekonderdepot, whatever, bei der GLS-Bahn? Wo so ein Mann draufsteht quasi? Nee, da steht einfach sein Name, er kriegt Post von der GLS. Okay. Ralf? Wir haben das gerade vor, wir sind noch ein bisschen später, jetzt mit dem Hauskauf und allem war da einfach auch nichts übrig, aber jetzt ist das in Planung, genau. Henni, du hast das rumgeschickt in der Gruppe, dieses Thema mit der GameStop-Aktie und ich dachte erst mal, boah, viel zu kompliziert und dann haben aber trotzdem wirklich erst mal alle drüber gesprochen und ich dachte so, Henni, Mensch, Henni muss Radioredakteur werden, einfach ein Näschen, er hat ein Näschen für die Themen da draußen und das ist aber jetzt wirklich komplett überall, heute Morgen im Deutschlandfunk, 6.50 Uhr, war so ein Börsenspezialist zu Gast im Interview, der nochmal erklärt hat, was Shorten eigentlich ist, obwohl das ja mittlerweile schon eine Woche alt ist, ihr habt das vielleicht da draußen mitbekommen, GameStop, dieser ja etwas veraltete Computerspiele-Laden, ist an der Börse immer weiter runtergegangen und irgendwelche Investmentbanker haben sich gedacht, wir wetten einfach mal darauf, dass GameStop noch weiter in den Keller geht und da haben sich die ganzen Geeks da draußen gedacht, nee, 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 GameStop, damit haben wir unsere Kindheit und Jugend und eigentlich auch unser bisheriges Leben verbracht, da müssen wir was dagegen machen und alle haben die Aktie gekauft und die Aktie wird immer teurer und damit wird es auch immer unlukrativer beziehungsweise finanziell riskanter diese Aktie als Investmentbanker zu shorten, wie man so schön sagt und die Jungs gehen gerade richtig pleite, teilweise. Genau, also der Fonds, der da vor allen Dingen dahinter steht, der hat gerade echt hinter dem Shorten dahinter steht, der hat ein Thema, vor zwei Wochen war GameStop noch um die 20 Dollar wert und dem Shorten leistet ihr Aktien umso später zurückzugeben, später zurückgeben heißt aber, dass du irgendwann kaufen musst zu einem bestimmten Datum und letzte Woche war die Aktie, wie gesagt, von 200 Dollar auf knapp 400 Dollar hat sich der Wert verzwanzigfacht. Von 20 auf 400. Ja, genau. Wenn du aber zu dem Zeitpunkt die Aktie zurückgeben musst, musst du an diesem Tag quasi die Aktie kaufen und wir haben ja nicht nur eine, sondern Tausende und damit machst du einfach die komplett pleite und das zieht auch den ganzen Markt mit runter, weil die Fonds andere Aktien verkauft haben, Apple zum Beispiel, um Geld zu bekommen, um GameStop-Aktien, die auch nichts wert sind, ja, ich meine, das Geschäftsmodell ist halt kaputt, zu kaufen. Also da gab es einen ziemlich großen Impact. Ich muss jetzt hier nochmal dazwischen, weil ich gebe mir echt Mühe, aber ich bin eigentlich der Typ für das. Ich habe es noch nicht gecheckt. Also das Wort Shorten muss man, glaube ich, erst mal erklären, oder? Gar nicht? Doch. Doch, doch. Es ist halt schon tausend Mal jetzt erklärt worden, aber es ist halt echt schwer zu verstehen. Ich bin der Investmentbanker und ich sage, da ist eine Aktie, die wird demnächst kacken gehen, die kaufe ich jetzt. und die kaufen die Aktie aber nicht, sondern die gehen zur Börse und leihen die sich. Wie kann man sich denn eine Aktie leihen? Okay, also das Leihen ist de facto ein virtueller Prozess. Du hast ja in der Börse auch ein virtueller Prozess. Zwischenhändler, genau, also du hast Zwischenhändler, Clearingstellen auf gut Deutsch. Ja, genau. Jetzt wird es ja gesklar. Sehr gut. Und die wissen, okay, du willst die Aktie, genau, du willst die Aktie von Apple leihen und Ralf hat da eine davon, ja, und diese Clearingstelle weiß, dass Ralf eine hat, die noch nicht beliehen ist und die Clearingstelle sagt, okay, wir nehmen jetzt ohne Ralf seine Zustimmung diese Aktie, einfach nur bei dem Poker, wo Ralf die hat, also in dem Depot, um zu vermerken, dass die jetzt gerade verliehen ist. Kann sich auch jemand... Es findet kein richtiger Transfer statt, deswegen habe ich virtuell gesagt, also es gibt kein, irgendwie, du musst das Papier der Aktie nicht von links nach rechts bringen, wenn du das gelingen hast, das ist nicht wie ein Auto, was du verleihst, sondern es ist einfach nur an die eine Aktie vom Ralf wird ein Vermerk dran gemacht in der Clearingstelle, die ist jetzt verliehen. So. Henni, kurze Zwischenfrage. Kann sich auch jemand eine Aktie, die ich habe bisher, ich habe ein paar Amazon-Aktien bekommen, kann sich auch jemand diese Amazon-Aktie leihen, ohne dass ich das weiß? Ja, das weiß nur, in Saffelsverweis das ist nur die Clearingstelle. Genau, es ist gerade ziemlich vereinfacht dargestellt, ja, also das sind noch ganz, ganz viele Mittelmänner dazwischen und Systeme, dass trotzdem innerhalb von Bruchteilen von Sekunden wird dieser Prozess abgefahren. Ah, okay, ich verstehe. Die leihen sich also eine Aktie, die jemand anderem gehört. Genau. So. Okay. Und die sagen einfach nur, okay, und jetzt virtuell hat ja die Aktie irgendwie den Wert von 10 Euro. 100, wir machen 100, alles klar. Zum Zeitpunkt der Leihe. Zum Zeitpunkt der Leihe. So, das heißt, du kriegst irgendwie 100 Dollar, ja, wieder als Wer du, wer du, wer du kriegt 100 Euro. Der Investmentbanker nimmt sich diese, diese Aktien und leiht sie sich, obwohl sie mir gehört. Und ich merke nichts davon. Genau, aber es ist ja, es ist ja einfach nur in diesem Clearing-System. Genau. So, genau. Und wer zahlt jetzt wem Geld fürs Leihen? In dem Moment des Leihen wird noch kein wirklich Geld transferiert, das ist einfach nur eine kleine Gebühr, also für diese Clearing-Stelle. So, aber du sagst irgendwie, okay, für 100 Euro nehmen wir jetzt diese Aktie. So, und dann spekulierst du wieder darauf, dass du die in einer Woche für 80 Euro kaufen kannst, ja, und dann wirst du quasi selber die Aktie kaufen und der Clearing-Stelle sagen, guck mal, ich habe jetzt hier, ich habe jetzt hier eine Aktie wieder und du kannst die vermerken, dass bei Ralf eine geliebende Aktie ist, wegnehmen, weil ich habe jetzt eine. Mhm. Ja, so. Und dann? So, und dann habe ich ja Ralf gerade die Aktie wiedergegeben, virtuell, ja, und habe aber nur 80 Euro bezahlt. Ja, ich habe vor sieben Tagen 100 Euro bekommen, musste jetzt, sieben Tage später, 80 Euro bezahlen, habe quasi 20 Euro Differenz. Das ist mein Gewinn. Indem ich eine Aktie verkauft habe, die mir, also die mir nicht gehört hat. Ach so, und du hast die Aktie damals verkauft, als du sie geliehen hast, hast du sie direkt weiterverkauft? Ah, das haben wir nicht gesagt. Ah, genau, okay. Ach so, ah. Das war der, ah, perfekt, genau. Das war der Fehler in der Geschichte. Also, ich leie mir eine Aktie und verkaufe sie direkt weiter. Und weiß aber, in sieben Tagen muss ich sie zurück, muss ich sie wirklich kaufen und spekuliere darauf, dass ich in dem Moment einfach, aha, das ist short. Genau, es müssen nicht sieben Tage sein, das kann Zeitraum X sein, aber das, legst du vorher fest. Das macht über einen langen Zeitraum keinen Sinn, also das über fünf Jahre zu machen, ergibt keinen Sinn. Also ist jetzt der Grundsatz dahinter, dass normalerweise, so wie man erstmal vermuten könnte, wie man Aktienhandel betreibt, dass man hofft, dass die Aktie steigt. Und hier setzt man aber darauf, dass die Aktie fällt. Genau, und gerade bei so Firmen, die, wo das Geschäftsmodell kaputt ist, so wie bei, ich verkaufe Spiele auf CD, ja, eine Playstation 5 hat kein Dings zum reinstecken für Spiele, die wird alles runtergeladen. Ganz klar, dass quasi ein Retail-Geschäft kaputt ist, ja, also das, dass das Geschäftsmodell nicht mehr funktioniert, liegt auf der Hand. Und das haben sich halt die Fonds gedacht und haben ganz viele diese Shorts gemacht mit, ich habe keine Ahnung, für welchen Zeitraum, das kannst du einsehen, also in diese Liegenstelle können Marktteilnehmer reingucken und können sehen, okay, auf die Aktien sind so viele Shorts drauf, was für alle anderen Marktteilnehmer auch heißt, okay, hier ist offenbar, geht der gesamte Markt davon aus, dass diese Aktie gleich runter geht, ja, also, oder über, einen kurzfristigen Zeitraum runtergehen wird, weil sie nichts mehr wert ist. Und das ist dann immer auch so selbsterfüllende Prophezeiung, dann sehen das alle, großen Player, und kaufen sie natürlich nicht mehr, ja, das heißt, wenn du, damit wird auch viel Marktmach ausgeübt, das ist zum Beispiel, warum Elon Musk in der Geschichte einfach auch mit dabei ist, weil viele Fonds Tesla immer schorten in der Hoffnung, dass die, auch, es passiert auch real, dass der Aktienwert der Tesla-Aktie nach unten geht, so. Da hat er aber Elon Musk natürlich keinen Bock drauf, weil das ist sein privates Vermögen, der hat natürlich das meiste Vermögen von Elon Musk ist in Tesla-Aktien. Aber die Tesla-Aktie, die steigt doch die ganze Zeit. Ne, du hast, ja, du hast aber Bewegung, so, und jetzt hat sich, jetzt hat sich aber quasi ein Reddit, das ist eine Forengemeinschaft, sich Leute überlegt, wie Alex das gerade schon gesagt hat, vermutlich waren das einfach die alten GameStop-Kunden, erwartet mal, liebe Fonds, so machen wir das nicht, und haben massenweise GameStop-Aktien gekauft und haben damit den Preis nach oben getrieben, wie gesagt, von 20 auf 400 Dollar. Und dadurch, dass du sehen kannst, wann diese Shorts auslaufen, kannst du den quasi, weißt du genau, okay, an diesem Zeitpunkt muss der Fonds Aktien kaufen, um diese, um das Leihgeschäft quasi abzuschließen, und wenn die aber quasi für 400 Dollar die Aktie kaufen mussten, dann geht quasi jede Firma pleite, also jeder Fonds geht pleite, weil du musst ja auf einmal zum 20-fachen Wert einkaufen, das heißt, dein Verlust ist theoretisch unbegrenzt. Das hätte ja auch 10.000 Dollar auf einmal sein können, ja, so ganz theoretisch, und dann hast du ja eine Million Aktien und das skaliert ja einfach ziemlich schnell nach oben. Und das haben die, da haben sich quasi Privat-Aktienbesitzer zusammengetan und haben relativ zeitgleich viele Aktien gekauft, um den Kurs nach oben zu pushen, das hat funktioniert. Und dann kriegen natürlich auch die großen Anleger Panik, auch schon bei 50 Dollar kriegen die schon Panik, ja, ganz klar, von 20 auf 50, und fangen auch an zu kaufen, wie wild, um sich schon mal vorzubereiten auf diesen, wir müssen irgendwann die Aktien zurückgeben, ja, weil dir natürlich klar ist und die gucken, die haben ja auch ihre Analysten und die gucken in Rettetrein und denken sich, oh, warte mal, das ist hier gerade eine gezielte Aktion, wir machen mit und damit steigt ja der Kurs immer mehr und immer mehr. Wir machen mit, weil wir quasi unsere Verluste ausgleichen wollen durch einen krassen Gewinn. Begrenzen. Also erstmal da begrenzen, dann kaufst du es doch lieber für 100 anstatt für, du guckst da hin und siehst, die Relle geht nur weiter, okay, lieber für 100 anstatt für 400, weil es der Verlust pro Aktie nur 80 und nicht 380. Aber ich dachte, die können eigentlich erst nach einer Woche. Nee, müssen sie. Müssen sie. Ach, die können vorher auch schon? Ja. Ah, okay. Und jetzt ist aber der Kurs wieder auf 70 runter, also mal zwischendurch auf, war er auf 400, hast du gesagt? Jetzt ist er gerade auf 93 Dollar. Ich habe vorhin schon mal nochmal eingeguckt in Vorbereitung auf unserem Podcast und zwar haben die 19 Uhr unserer Zeit nochmal angefangen, organisiert im Reddit-Forum Gamestalk und auch AMC-Aktien zu kaufen. Was ist eine AMC? Ja, das ist quasi die zweite Aktie, das ist eine Kinokette in den USA, die natürlich auch mit Corona und Co., ich meine, die Geschäftsmodelle ist kaputt, brauchen wir uns auch nicht drüber reden. Mit der liegt das Gleiche, aber halt nicht in diesem dramatischen Umfang. Was wird denn gerade geschrieben im Reddit-Forum? Was wird denn so quasi als ... Kaufen, 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 halten, halten, halten. Weil, also das ist gerade, es klingt immer so ein bisschen für mich wie nach Trump, irgendwie Portbow, Standby und so, es werden Durchhalteparolen ausgegeben, weil natürlich Leute für 300 Dollar GameStop gekauft haben, die jetzt noch 100 wert ist. Das heißt, sie haben innerhalb von drei Tagen 60 Prozent ihres Investments verloren. Und hier ist zum Beispiel einer, der hat ein Screenshot von seinem Bankkontoauszug oder Depot gepostet. Der hat zum Preis von 228 Dollar 425 Aktien gekauft und hat einfach mal 60.000 Dollar Verlust gemacht. Das ist das Median-Einkommen in der USA, Median-Haushaltseinkommen, nicht Einzel-Einkommen, im Jahr. Also der hat innerhalb von drei Tagen das als Fluss gehabt. Das ist natürlich so viel Geld, aber ich habe auch gerade am letzten Wochenende, am Samstag, reingeschaut und da haben halt Leute gefragt, wie kaufe ich eigentlich Aktien und kann ich auch halbe Aktien kaufen, weil ich habe nur 200 Dollar und kann ich mir 300 Dollar gerade nicht leisten. Und auch die Leute haben ihr letztes Erspartes quasi in diese Aktionen reingeballert und haben nur noch ein Drittel vom Wert und das wird ja weiter sinken, also weil hinter GameStop ist halt nichts, was 90 Dollar wert ist. Aber checken die nicht, dass das eigentlich nur eine Aktion ist für Leute, die ein bisschen Spielgeld übrig haben und die Großen ärgern wollen? Ja, auf die Frage checken sie es nicht, würde ich mich ja antworten. Aber da werden ja gerade auch Existenzen einfach bedroht. So, von Leuten, die keine Ahnung haben, was sie da gerade machen und dass sie gerade richtig Kohle verlieren und ja, die ärgern gerade den einen oder anderen Fonds, aber damit wirst du ja keine Revolution auslösen und Trump zurückholen oder irgendwie Sozialismus wiederbekommen, whatever, ja. Du bist ja da in Reddit unterwegs, kann man erkennen, welcher politischen Couleur diese Personen, die dort agieren, angehören? Müsstest du quasi crosschecken in anderen Foren von Reddit und denen ihre Beiträge lesen. Du siehst das jetzt politisch, Alex, ja? Ja, keine Ahnung, weil Handy dieses, dieses etwas, etwas, wir stehen zusammen und wir haben irgendeinen Stolz und den lassen wir uns nicht nehmen von den Mächtigen, das klingt schon so ein bisschen nach Trump. Es ist natürlich politisch, weil es ein Spiel wir gegen die da oben ist. Ja, genau. Ganz klar, die da oben sind die Fonds mit Milliarden von Dollar in der Hinterhand und wir kämpfen da dagegen, so ganz heroisch. Ja, und die haben auch einen Siegerung, ganz klar. der eine große Fonds, der viel in GameStop investiert war, die viel geschottet hatte, hat einfach krass, Verluste gehabt, also wirklich, ich zahle gerade nicht, aber absurd, ja? Aber am Ende ist es auch gerade in den USA, das nochmal zurück zum Thema Altersvorsorge, ist ja die Altersvorsorge immer privat geregelt in den Fonds, also die haben sich vermutlich auch einfach doppelt ins eigene Knie geschossen, ja? Die haben ihr letztes erspartes Bargeld verknallt und haben auch noch ihre Altersversicherung geschmälert, also Applaus für Applaus für beste Aktionen, also ich unterstütze die Aktionen, ja? Wenn du Spiegelst hast, wenn du denkst, hier 10.000 Euro, ist mir gerade egal, wo die sind, ja? Wenn sie weg sind, dann mache ich das jetzt, aber wo ich gelesen habe, als ich gelesen habe, dass da halt auch Leute mit 200 Euro versuchen einzusteigen und das ist denen ihr letztes Geld, oh, come on, und die nächste Aktie, sagst du jetzt, ist diese Kinoaktie, die nach oben? Die ist schon, das ist dabei, das ist auch seit dem Wochenende ist die mit dabei. Silber war auch mal kurz, aber ist wieder runtergegangen. Genau, also es tauchen gerade minütlich in Reddit, neue Aktien auf, wo halt irgendjemand sich gedacht hat, guck mal, da gehen wir uns auch mal drauf, aber die Masse versammelt sich immer noch in der GameStop und AMC. Sag mal, war GameStop nicht in irgendeinem GTA mit drin, dass man in so einem GameStop-Laden gehen konnte? Ich kann auch nicht. Weiß ich nicht mehr, ich glaube, es sei dann vorher. Also mir ist das, am Wochenende waren wir am Leipziger Bahnhof und da stand ich mir echt vor so einem Laden. Ja, stimmt. Ich habe das nie, ich habe die in Deutschland nie realisiert. Ich habe mir gedacht, das ist irgendeine Kette halt vom über dem Teich, aber es gibt in Leipzig tatsächlich so einen Laden, wo Leute hingehen und sich Spiele kaufen. Also das Konzept erschließt sich mir schon gar nicht. ehrlich gesagt. Früher bin ich da auch hingegangen, als ich nach Leipzig gezogen bin. Genau, früher gab es aber auch in Müller eine CD-Abteilung, die sonst wie groß war, selbst in Gotha. Das gibt es auch alles nicht mehr. Das waren auch noch Zeiten, dieser Typ, der dahinter stand. Früher, vor dem Krieg so ungefähr. Könntest du mal die CD reinmachen? Okay, alles klar. Das ist mein Job. Aber das heißt jetzt, zum aktuellen Zeitpunkt wäre es vielleicht pfiffig, die Aktie wieder zu shorten. Richtig verstanden? Oder? Eigentlich schon. Also hochstekulativ, weil du natürlich nicht weißt, ob jetzt sich noch irgendwie Elon Musk oder Jeff Bezos sich denkt, super, ich mache mal mit. Ich mache mich gemein mit dem kleinen Mann und kaufe auf, meine Millionen von diesen Aktien. Und den Preis wieder zu treiben. Das ist genau das gleiche Problem. Aber wenn du jetzt gerade Spielgeld hast und ich würde auf 11 Faktor 10 in Reserve haben, weil wenn es um Faktor 10 wieder einsteigt, musst du es ja bezahlen. Ach stimmt. Genau. Und wie lange ist diese Frist, die man setzen kann beim Shorten? Also ich kann ja sagen, ich will in einem Jahr zurück oder so. Nee, geht nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Aber was du da für Möglichkeiten hast, keine Ahnung. Und das Shorten kommt von kurzzeitig oder nicht? Kommt das irgendwie? Hat das mit der Zeitspanne zu tun, wie man lang mal klein kann und so gehen? Nee, eher davon, dass du was verkaufst, was du gar nicht hast. In Deutschland ist es, in Deutschland ist es Leerverkauf bezeichnet. Und wenn du long gehst, ist es halt kaufen und halten. Aber also was du wirklich für Zeiträume dahinter, keine Ahnung. Ich habe auch kein Depot zum Ausprobieren. Keiner meiner Depots hat diese Funktion. Das ist ganz gut. Vermindert den Spieltrieb. Kann ich euch oder da draußen auch ein gutes Buch beziehungsweise ich habe es als Hörbuch gehört und witzigerweise, Ralf, vor allen Dingen auf dem Weg zur ersten Outdoor-Beats-Party von dir. Willkommen in Lake Success. Das ist ein Roman. Aus dem Jahr 2018 geht es um Investmentbanker und sein echt abgedrehtes Scheißleben. Wirklich. Jo. Also Leseempfehlung auf jeden Fall. Willkommen in Lake Success. Der will nämlich aussteigen und durch Amerika reisen und stellt fest, das ist echt eigentlich gar nicht so einfach als Investmentbanker ein normaler Mensch zu sein. Ja, so ein kleiner intellektueller Lesetipp hier noch am Ende unserer Podcast-Folge. Ich glaube, bleibt nur noch zu sagen, ich würde gerne wissen, wie andere Leute zu dem Thema mit den Kindern stehen. Schreibt uns auf kontakt at 321podcast.de Wir lesen das hier vor. Ohne den Namen zu nennen. Ja. Dann möchte ich mich an der Stelle noch mal entschuldigen bei der Gagflatrate, dass wir uns hier so sehr über die lustig gemacht haben. Also, ich habe überlegt, ob ich lache. Äh, ob ich zurückschreibe, dass ich mich sehr über die Mail gefreut habe. Und ob sie ihr Postwort schon geändert haben. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, wir konnten euch eure Zeiten ein bisschen versüßen da draußen in diesen anstrengenden Zeiten. Ich habe auch langsam keinen Bock mehr. Ich weiß, euch beiden geht es genauso. Aber wir schaffen das noch und irgendwann im Sommer sind wir geimpft und dann treffen wir uns alle bei Reifen und machen Party. Also, ich mache hier mal die Musik an. Ist das wieder ohne Jeff oder was? Hast du jetzt nicht in den letzten anderthalb Stunden mal irgendwas bauen können? Es ist wieder ohne Jeff übrigens. War schon wirklich witzig, wie dann auch die Kollegen sich gemeldet haben bei mir. Und, kennt ihr das, wenn man so aus Facebook, äh, aus WhatsApp-Gruppen rausgeschmissen wird, wenn man nicht mal dazugehört? Das war krass. Max hat dich entfernt. Musste ich jetzt lesen. Das war hart. Kann ich noch nicht. Naja, Max hat mich entfernt aus der Gruppe. Ich kann jetzt einfach nicht mehr mitlesen. Dafür bin ich jetzt in der neuen Gruppe. Ach ja, Leute, das Leben ist ein hartes. Also, macht euch noch einen schönen Tag, wo auch immer ihr gerade seid. Wir machen jetzt Feierabend. Wir hören uns nächste Woche wieder, Mittwoch dann. Und dann, keine Ahnung mit welchem Thema, wie immer. Bis tenne. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.